Hi, sag mal, hast du Lust was zu spielen? Äh, ja, klar, was denn? Pff, ja, was anspruchsvolles, würde ich sagen. Also irgendwas mit vielen Möglichkeiten, viele Entscheidungen, die man treffen kann. Ja. Äh, Monopoly? Nein, äh, egal, ich baue was auf. Alles klar, dann mache ich uns einen Tee. So, dann erkläre ich dir mal kurz die Regeln. Klar, ja, also hier auf diesem Feld kannst du halt das erbeuten. Aha. Hier drüben kannst du Ressourcen verkaufen. Naja. Na und hier unten die Leiste, da hast du 17 verschiedene Möglichkeiten, etwas zu entscheiden. Na, klasse. Die Aktionen unterteilen sich in vier Variationen, also jeweils unterschiedliche Variationen. Ja. Na dann mal los, ist ja schon spät. Willst du anfangen oder soll ich? Ja, also ich fange erst mal an, dann kannst du ganz entspannt zugucken, wie der erste Zug so abläuft. So, ich bin mit meinem ersten Zug endlich fertig. Äh, ich weiß, es dauert etwas. Sieben Züge haben wir, ja. Ja, also lass dir Zeit, entspann dich, denk an die zwölf goldenen Regeln der Endwertung und dann, ja, leg einfach los. Einfach aus dem Bauch heraus, einfach beginnen. Ja, klar. Puh, ja, beginne ich mal mit meinem zweiten Zug. Ja, nun sei doch nicht so. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, das ist mein erstes Mal, dass ich das Spiel spiele. Ja, ist okay, kein Problem, du wirst ja erst mal reinkommen. Wird schon. So, nun bin ich wieder dran, ja? Äh, äh, echt jetzt? Was denn? Ich habe nur die goldenen Regeln beachtet. So wie du es gesagt hast. Alles klar, dritter Zug von mir. Ja, na, mach doch. Siehst du? So einfach, geht doch schnell. Was denn? So, nun bin ich dran und ich werde mich natürlich beeilen. Fertig. Ja. Boah, Alter, ey, echt jetzt? So, du bist dran. Danke. Berührt geführt. Hä? Was berührt? Du hast den Miepel angefasst. Das ist eine Regel. Die gibt es schon ewig. Die ist vorm Schach. Das bedeutet, du musst den Miepel benutzen, den du gerade berührt hast. Den Miepel? Ja, genau den Miepel. Boah, ey, da muss ich jetzt nochmal nachdenken. Ja, das war Players Teil 2. Boah, ich habe richtig Bock drauf. Vor allem, das Aufnehmen ist gar nicht so das Schwierige, sondern eigentlich das Schneiden nachher. Dass es so passt, dass es wirklich ein Video ist. Daran bin ich echt noch ein bisschen am Arbeiten, weil es echt wahnsinnig lange dauert. Also so, ich würde sagen, fast für das Video fast zwei Stunden, dass es passt. Ach ja. Egal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr kennt jemanden, der euch zur Weißglut bringen kann. Vor allem, wenn es dann eigentlich so Spiele sind, die in einer halben Stunde gespielt werden. Und daraus sich dann zwei Stunden Spielzeit ergibt. Ich kenne solche Leute und gelegentlich ist es auch völlig okay. Und manchmal nervt es mich unglaublich. Da sage ich mir auch, hätte ich mir ein Buch mitbringen können. Hätte ich noch nebenbei lesen können, weil ich dann schon fertig bin. Und die anderen gefühlt eine halbe Stunde nachdenken. Tja. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr einen Daumen hoch. Ein Abo wäre cool. Schreibt was in die Kommentare. Ich weiß, ihr habt schon was geschrieben. Ich habe es mir aufgeschrieben. Aber das war einer dieser Leute. Oder diese Art von Leuten, die ich unbedingt mal präsentieren wollte. Ich finde es super. Freut euch aufs nächste, Players. Da ist auch eine wahnsinnig geniale Idee, die nur bedingt was mit Spielen zu tun hat. Aber vielleicht kennt ihr auch die Leute. Ich freue mich schon drauf. Da muss ich unbedingt noch erst mal Text schreiben. Unglaublich. Mal gucken, wie es wird. Ja. Das war der Sonntag. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Beziehungsweise es ist ja fast noch Wochenende. Und ich wünsche euch einfach eine richtig coole nächste Woche. Und wir sehen uns dann am Mittwoch mitgespielt. Passt auf euch auf. Macht's gut. Euer Teguria.